Yo Leute, was geht? Heute habe ich mal einen richtig coolen AFK, Money und RP Glitch für euch. Aber jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz auf mein Unlock All und Modded Account gewinnen spielen weisen. Dafür müsst ihr nur ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben. Hashtag Team Piero, warum ihr gewinnen wollt und mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Let's go! Zuallererst müsst ihr jetzt in die Beschreibung gucken, da habe ich euch diese Spieleliste, um die es hier geht, verlinkt. Und dann müsst ihr sie einfach mit einem Freund starten und jetzt müsst ihr einfach euren Linken-Stick einfach so fixieren, dass ihr nicht gekickt werdet, weil sonst werdet ihr ja nach 2 Minuten gekickt. Und wenn ihr jetzt einfach irgendein Band nach vorne spannt, also den Linken-Analog-Stick einfach nach vorne spannen, Leute, und dann werdet ihr nicht gekickt und dann könnt ihr das Ganze 15 Stunden lang laufen lassen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir auch wieder schöne Kommentare schreibt. Das heißt, ich bin raus, haut rein und wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video. Und tschau, Leute! Das heißt, ich bin raus, haut rein und wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video.